Willkommen zur Tagesschau in 100 Sekunden. Die Regierung in Washington befürchtet in den USA bis zu 240.000 Tote durch Corona-Pandemie. Diese Prognose wurde im Beisein von Präsident Trump im Weißen Haus in Washington vorgelegt. Trump sagte, der amerikanischen Bevölkerung stünden angesichts der Ausbreitung des Virus sehr harte zwei Wochen bevor. Die USA sind inzwischen weltweit am stärksten betroffen. Zwischenbilanz im Kampf gegen Corona-Pandemie. Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder wollen heute in einer Telefonkonferenz unter anderem besprechen, ob die geltenden Kontaktbeschränkungen bundesweit verlängert werden. Zudem soll der Einsatz einer App diskutiert werden, die Kontakte von Corona-Infizierten nachverfolgen kann. Österreich dringt auf Mundschutzbenutzung. Im Kampf gegen die Corona-Pandemie sollen alle Menschen von heute an einen Mund-Nasen-Schutz tragen, wenn sie einkaufen gehen. Er wird in vielen Geschäften gleich am Eingang an die Kunden verteilt. Über eine Pflicht, solche Masken zu tragen, wird auch in Deutschland diskutiert. Forderungen nach Sanktionen gegen Ungarn. Luxemburgs Außenminister Asselborn hat sich für die Verbannung Ungarns aus den EU-Ministerräten ausgesprochen. Man dürfe sich nicht mit einer diktatorischen Regierung innerhalb der EU abfinden. Das ungarische Parlament hatte am Montag ein Notstandsgesetz gebilligt, das Regierungschef Orban weitreichende Sondervollmachten gewährt. Fußball-Bundesliga pausiert bis mindestens 30. April. Wie der Chef der deutschen Fußballliga Seifert mitteilte, wollen die Profivereine der 1. und 2. Bundesliga die Spielzeit aber noch zu Ende bringen, wohl ohne Zuschauer im Stadion. Bei einem Abbruch der Saison drohe einigen Vereinen die Insolvenz. Das Wetter. Im Süden und in der Mitte sonnig, im Norden stark bewölkt und mitunter etwas Regen oder vereinzelt Schnee. 6 bis 13 Grad. 7 bis 14 Grad. 8 bis 14 Grad. 10 bis 15 Grad.